Der ProSieben Comedy-Dienstag. Das ist ein Abend für Gewinner. Allein der Gedanke daran bringt mich zum Schwitzen und mein Herz klopft. Er rückt. Für echte Siegertüben, die nochmal richtig Schwein haben wollen. Bei deiner Vorstellung von Spaß will ich mir das Gehirn wegballern. Für echte Draufgänger. Wir müssen sofort fahren, sofort. Das ist keine Übung. Code Braun, Code Braun. Die für ihr Ziel alles liegen lassen. Oh mein Gott, ich möchte mich jetzt auf der Stelle umbringen. Und wir haben einen Sieger. Der ProSieben Comedy-Dienstag mit neuen Folgen der Simpsons und Family Guy. Und danach zu A Half Man. Ab 20.15 Uhr.